Herzlich Willkommen bei Motorrad Christiansen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Gerd. Ich bin der Verkäufer hier. Ich vertrete meinen lieben Chef, den Nils Christiansen. Heute haben wir wieder ein neues Produkt der Woche. Es ist mal wieder so weit. Die Woche vergeht Ratze-Fatze im Flug. Heute bestelle ich euch mal die SIM-X vor. Ist ein chinesischer Hersteller bzw. kommt aus Taiwan. Bauen sehr, sehr gute Maschinen. Ist auch sehr, sehr gut verarbeitet. Sind auch immer auf dem neuesten Stand. Heute, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich jetzt die leistungsstärkste Maschine hier stehen. Die hat jetzt 10 PS. Laut Hersteller 99 kmh wird sie, ja, die wird wohl ein bisschen mehr schaffen. Gehe ich mal davor aus. Aber wie gesagt, laut Hersteller 99 kmh. Der Preis vom folgenden Jahr war 2.499 Euro. Heute biete ich euch die Maschine an für 1.999 Euro an. Natürlich, solange der Vorrat reicht. Ist jetzt eine Maschine von der Euro 4 Marke. Wir haben aber alle Papiere vorbereitet. Ihr könnt mit den Papieren dann praktisch zum Straßenverkehrsamt. Werd auch Zug lassen. Wir bieten euch auch an, Deutschland und wann zu liefern. 499 Euro. Direkt bei euch vor die Haustür. Ist fahrfertig. Draufsetzen. Spaß haben. Und ja, von der Farbe her. Gut, ist jetzt natürlich Geschmackssache. Wir haben jetzt einmal glanzmatt verbaut. Ja, verbaut kann man sagen. Matt ist halt immer pflegeleicht. Da gehst du mit einem feuchten Mikrofasertuch drüber, trocken drüber. Dann ist es immer wie neu, das Fahrzeug. Von der Optik ist es aktuell sehr pfiffig. Kommt auch relativ gut an bei den Kunden. Ja, von meiner Seite war es das eigentlich jetzt schon. Unser Kameramann macht gleich mal ein paar schöne Nahaufnahmen, ein paar schöne Bilder für euch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt alle schön gesund. Ich hoffe, dass wir uns alle bald wieder sehen. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir langsam die Nacht. Bis zum nächsten Mal, mit Pablo bike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ‌제? Vielen Dank.